Das Thema Fachkräftemangel bringt Sie ins Schwitzen? In einem guten Team muss jede Position richtig besetzt sein. Egal, ob Sie auf der Suche nach Nachwuchstalenten und Quereinsteigern sind oder das Potenzial Ihres Stammkaders fördern möchten. Mit der ACAD als Partner machen Sie Ihr Team fit. Wir sind die Pioniere des Fernstudiums mit über 60.000 erfolgreichen Alumni. Davon empfehlen 98% die ACAD University weiter. Von dieser Erfahrung sollen Sie profitieren. Wir bieten Ihren Mitarbeitern mit unserem einzigartigen Studienmodell die passende Lösung für effektive Weiterbildungen in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Kommunikation. Wir geben Ihnen als Personalentwickler das nötige Infomaterial fürs Talentscouting und sind Ihr Assistent, der sich um alles kümmert. Die Studienzeiten sind flexibel und perfekt auf den Arbeitsalltag abgestimmt. So profitieren Sie als Unternehmen direkt vom gewonnenen Wissen Ihrer Mitarbeiter und können in heißen Phasen trotzdem auf Sie bauen. Eine klassische Win-Win-Situation. Und durch Studienfinanzierungs- und Rückzahlungsvereinbarungen können Sie Ihre hochqualifizierten Mitarbeiter auch langfristig an Ihr Team binden. So machen Sie Ihr Team fit, dank ACAD. Flexibel, individuell und effizient zum Studienabschluss. Kontaktieren Sie uns!